Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Charly's Minecraft Abenteuer. Ich bin wieder da und nehme mir wieder auf. Ich meine, was soll ich auch anderes machen? Ich habe ja sonst keine Hobbys. Nein, ich habe schon noch andere Hobbys, aber ist ja auch jetzt nicht von Bedeutung. Also, wie gesagt... Ah ja, hier hatte ich einen Hase reingepackt. So. Und was wollte ich in dieser Folge machen? Ich wollte nochmal ganz spontan versuchen, ob ich das hinbekomme. Ach, da ist der Zombie. Und hier irgendwo... Oh. Ey. Oh, die hinterlassen Sprengpulver. So. Ich wollte zu meiner Monsterfall hin und versuchen, damit nochmal etwas zu jagen. Ob ich das nun schaffe oder nicht. Ich muss da noch ein bisschen üben, denn Übung macht den Meister. So. Oh. Naja, immerhin nicht bei meiner Falle. Die Sachen nochmal eben schnell mitnehmen. Kann ja im Allgemeinen nicht so sehr schaden. So, da habe ich schon mein erstes Opfer gefunden. Den netten Mr. Und das nächste Opfer. Und auch noch ein Wildschwein dazu. Und ein Huhn. Ach, der Zoom kommt durch. Naja. Dann ist noch ein Creeper. Und eine Spinne. Interessante Beute, Opfer, was auch immer. So, dann werde ich auch gleich mal sehen können. Und wieder kommen die beiden nicht, ey. Was soll der Cut? Warum bleiben die immer da stehen? Das finde ich echt nicht in Ordnung. Ach, jetzt kommen sie. Ja. Klar. Die Spinne, mach dich vom Acker. Du sollst hier rein, ja? Ah. Mist, die Spinne kriege ich nicht mehr rein. Oh. So einen Creeper kriege ich aber noch rein. Wo ist der? Da ist er. Warum ist der so scheiße schnell? Die sind doch sonst nicht so fix. Geht doch. Mann. Echt. Okay, ob die Monsterfalle jetzt auch für Spinnen funktioniert, konnte ich leider nicht ausprobieren. Aber da ist schon die nächste Spinne, mit der ich das ausfesten kann. Aber vorher... Ach. Vorher will ich hier noch eine Kleinigkeit ändern. Weil die sind jetzt schon zweimal da stehen geblieben. Einfach mal ausfesten, ob das vielleicht was bringt. So, da ist auch gleich ein Skelett. Und die Spinne mir auch her. Ah, ich glaube, ich habe sogar zu lange gewartet. Ach ne, es geht noch, denke ich mal. Und die Spinne ist drinne. Kommt anscheinend auch nicht raus. Ups. 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 Okay. Das lief doch mal ganz gut. Dann ist noch eine Spinne, die kann ich auch nochmal kurz anloggen. Damit wir auch wirklich schön Beute hier machen. Die Spinne will nicht mehr. Spinne. So, beide rein. Wunderschön. Sonne geht gleich auch wieder auf. Wir haben noch ein bisschen Schach. Was jetzt da reingefallen ist, wollte ich nicht. Aber lässt sich nichts ändern. Moment mal kurz. Nö. Ist nicht zu laut. Das kommt mir wohl nur zuvor. Uh, uh, uh. Scheiße, ich bin echt. Jetzt aber. Die bleiben immer da stehen. Warum bleiben die immer da stehen? Ehrlich. Spinne, komm mal her. Okay, anscheinend sollte ich die hier an den Ecken doch noch auch mit Sandstein auskleiden, weil anscheinend können die irgendwie da auch noch lang klettern. So, da hinten ist noch ein Wolf. Den versuche ich jetzt auch nochmal anzulocken. Der kommt auch. Ich hoffe mal, die sind nicht so schnell. Nein. Eps, spring doch, Mensch. Oh. Jetzt bin ich überall festgehakt hier. Aber trotzdem schnell genug und der Wolf ist drin. Also gehe ich mal hier hin. Hier ist eine kleine Tierversammlung. Oder eine Kleintierversammlung. Letztendlich in dem Fall das Gleiche. Noch mehr Zulfur, noch mehr Federn. Und wie gesagt, den Sandstein. Habe ich den jetzt noch mit rausgenommen? Ja. Hier, um die Ecken doch noch damit auszukleiden. Weil anscheinend ist das doch nötig. Irgendwo in Ungeheuer in der Nähe. Außer eine Kuh nicht zu sehen. Gut. Und Kühl ist nicht so das Problem. Dann gehe ich jetzt hier hin. So. Das war jetzt ja ganz so nötig. Und hier auch noch. Was ich auch noch mache, ist, dass hier noch um einen mehr wegzumachen. Einfach, weil das nicht so läuft, wie es zu laufen soll. Und die Musik kommt mir laut vor. Ich stelle die jetzt leiser. Nicht, dass die so laut ist. Wirklich. Da habe ich jetzt Angst vor. Jetzt kille ich noch mal kurz eine Kuh. Weil ich habe beschlossen, mich den Trend anzuziehen und mir mal eine Rüstung zu basteln. zwar aus Leder, aber immerhin. Mal sehen, ob ich in zwei Folgen oder so immer noch dran denke. Auf jeden Fall werde ich noch jetzt ein paar Schweine schlachten, damit ich wieder was zu futtern ins Haus bekomme. Außer Brot habe ich jetzt ja nicht so wirklich viel da. Und deswegen müssen Schweine leiden. Schwein. Komm her, du Schwein. Das ist... Ach, Mensch. Komm her, du Schwein. Nein. Oh, nein. Der Leck kam extrem angelegen. Oh, man. Scheiß Leck, ey. Wirklich. Äh. Naja, immerhin bin ich nicht reingefallen. Ich hätte es auch einfach so abschlagen können. Wirklich. Aber naja, gut. Es hat ja funktioniert. Funktioniert. Okay. Dann werde ich jetzt auch mal kurz ähm einen Fisch futtern. Ja, ein Fisch und ein Brot. Ja, warum nicht? So, dann habe ich volle Leben. Und gehe mal da hinten hin. Oh. Oh. Oh, das ist jetzt übel. Oh, das ist jetzt übel. Oh. Da habe ich mal sowas hier gefunden. Ich habe ja nicht so Glück wie gewisse andere. Habe ich mal das Glück und... Nein. Nein. Scheiß Lecks, ey. Warum leckt das immer so? Ja, das Einhorn ist jetzt eh weg. Okay. Ich habe wohl keine andere Wahl, als die Grafiken wieder auf fast... Also auf schnell zu stellen. Und jetzt wird es hinzurennen, um mir mein Zeug herzuholen. Das Einhorn ist eh weg. Scheiß drauf. Aber naja, das Leben geht weiter. Das Gras sieht hier aber nicht schön aus. Sehr ungesund, wenn ich ehrlich bin. Hier ist meine Falle. Ist ja alles sehr nah am Spawn gelegen, ne? Da kann man ja nichts gegen sagen. Scheiß Bären. So, und da hinten irgendwo bin ich denn abgekratzt. Okay, da liegt aber mein Zeug noch. Wie soll es auch anders sein? Äh, hier liegt mein Zeug noch. Liegt mein Zeug hier noch? Hallo? Ich hatte doch bestimmt mehr mit. Hallo? Wo ist mein Zeug hin? Ich hatte mehr mit als ein Schwert, ein Stück Fleisch und 21 Fackeln. Ich meine, wenn der Bär jetzt noch die Fische oder na, den Fisch habe ich ja gegessen. Das kann ja nicht sein. Wenn er noch den Fisch mitgefressen hätte, könnte ich es ja verstehen, aber Eisenspitzehackisch schmeckt nicht besonders. Eine Stein, eine Steinstaufel hatte ich nicht mehr. Ach, hier liegt noch Eisen. Der ist vielleicht doch alles da unten und ich habe es jetzt gerade eben übersehen. Ich sehe hier aber nichts mehr. Hier noch irgendwo was? Hallo? Was soll der Kack? Woher müsst ihr jetzt sterben? Ich sollte mal langsam wieder zur Oberfläche gehen. Ach, egal. Weiß nicht, was habe ich verloren? Ein Brot. Ein wenig Kohle, glaube ich. Gut, jetzt nicht so tragisch. Mein Scherz ist auch weg. Eisenspitzehacke war auch fast abgebraucht. 40 Eisen hatte ich dabei, das habe ich jetzt wieder. Das ist also kein Problem. Warum ist das alles weg, ey? Ich meine, von Katzen weiß ich, dass die die Sachen kaputt machen, aber Bären? Ist das jetzt blöd? Na gut, ist hier keine große Hülle. Sonst hätte ich jetzt gedacht, dass hier nochmal eine Höhlenerkundung gestartet werden könnte. Aber es ist recht schön hier, muss ich sagen. hier sieht es recht frühlingshaft aus. Ich hatte auch noch ein wenig Fleisch dabei. Ach, egal. Sandstein hatte ich, glaube ich, auch noch ein bisschen was dabei. Aber halt auch nur ein bisschen. alles in allem nicht so das Problem. Aber ich denke mal, ich kehre jetzt erst mal zu meiner Hütte zurück. Der Tag neigt sich auch langsam dem Ende. Also es ist jetzt früher, äh, später Nachmittag oder früher Abend ungefähr. Also ist das schon in Ordnung, wenn ich nach Hause zurückkehre. Oh! Ein Babypferd? Das kommt also doch nicht vom Tanten ist ein Pferd gestorben. Hat das Pferd es umgebracht? Ne, es war ein Bär. Also ich, ich hätte jetzt gedacht, dass das, äh, äh, für die, die Grongs Display gesehen haben, ich hab gedacht, das kommt von Farming Mod. Aber anscheinend ist dem nicht so, so, wie ich